hallo liebe mitglieder hier ist mal wieder der andere aus der zentrale vom elb fitness heute möchte ich euch eine sehr interessante funktion vorstellen wie ich finde der bereich freundewerben und zwar kurz zur mechanik also ihr seht jetzt hier whatsapp oder sms bei eurem handy auch das heißt ihr wählt jetzt das medium von dem ihr die nachricht versenden wollt das ist die nachricht die könnt ihr so senden ich finde die recht gut ihr könnt ihr aber auch noch mal abändern wenn ihr wollt wichtig ist ändert nicht den link ab oder den code der ist für später wichtig eure freunde bekommen also eine whatsapp nachricht von euch wo dieser link drin ist die klicken dann da drauf und landen dann auf einer seite wo sie bei sich ein probetraining bei uns buchen können das ganze ist komplett kostenfrei die können ganzen tag mal in die sauna gehen die können mit dem trainer was durch tun man kann sich ein trainer dazu buchen welcher auch kostenfrei zur verfügung steht jeder hat mal das recht ein schnuppertag bei uns zu machen das interessante an der geschichte ist wenn sie den code angeben halten sie sobald es ihnen gefallen hat bei der anmeldung auch eine schöne rabattierung gleich am anfang und ihr sollt natürlich auch was davon haben ihr kennt vielleicht unsere freunde werben aktion ein mitglied geworben heißt ein monat kostenfrei zwei mitglieder geworden heißt drei monate kostenfrei und wenn du drei leute geworben hast auf den schlag dann bekommst du sechs monate kostenfrei ich selber kenne jemanden der hat vier über 24 monate das ganze kostenfrei der hat richtig die werbetrommel heiß gemacht also das ist mein appell an dich jetzt drück mal jetzt gleich auf whatsapp macht die werbetrommel heiß und schickt dies die nachricht mal an die letzten fünf kontakte die du da hattest nicht